Wir haben jetzt einen E-Fair-Popper. Wir sind mittlerweile irgendwo in Deutschland. Wir sind jetzt glaube ich schon acht Stunden gefahren ungefähr. Und da kommt die Sonne! Ich bin seit... In drei Stunden bin ich 24 Stunden auf die Beine. Und ich halte mich ziemlich gut eigentlich, oder? Ja, finde ich auch. Also ich bin topfit. Also am meisten Schlafabend ist jetzt der Juli Tschut. Ja. Also der Juli Tschut, der ist eine Schlafmaschine. Der Bass volle Lautstärke aufdreht, der haut die Ohrmascheln raus und der Juli Tschut schläft mit Zehen ruhig. Also der ist wirklich ein Rätsel. Ich hätte gesagt, wir sehen uns dann gleich auf der Ferry, wenn wir die anderen auch sehen, oder? Zwischen zu Haus. Wir sind auf der Ferry angekommen. Schnell unterwegs. Schnell unterwegs. Was hast du gerade gemacht? Über das redet man das. Lass den Scheiß! Nicht jugendfrei. Nicht jugendfreie Aktivitäten auf der Ferry. Wir riden da jetzt rüber. Wir haben gesagt eigentlich, dass wir noch die Tradition vollenden. Scrapen kann ich nicht, Backflips kann ich. Wirklich. Sorry, falls es ein bisschen windig ist, aber auf der Ferry ist immer ein bisschen windig. Aber der Muldig hat auch ein bisschen Bade mit. Drei, zwei, drei, zwei. Das war jetzt so anstrengend. Das war echt unangenehm. Ich bin nicht schlafen. So, jetzt musst du die unangenehm stecken. Ja, ich bin nicht schlafen. Das gibt es nicht. So klar. Zwei Stunden später. Was sagst du zu Maximilian, zu dieser tollen Brücke? Ich probiere es gerade einzulinsen, aber es geht irgendwie gerade schon. Sehr hübsch. Ich hoffe, ich habe richtig unreine Haut. Ich sitze seit 16 Stunden in dem verdammten Auto. Ich kann nicht auf mal eins wechseln, wenn ich mal drei bin. Das passt so auch. Aktuell sind wir hier immer noch während der Fahrt. Der Julitschuh bezieht gerade seine Sitzbank neu. Während der Fahrt. Der Max schaut ihm noch einmal zu, hat Angst, dass er getackert wird. Aber wir sind in einer Stunde und 18 Minuten beim Festival. Dann schauen wir uns das Ganze mal dort an. Jaaaa! Wir sind auf jeden Fall echt schon hier ab, weil wir sind mittlerweile seit 20 Uhr gestern Abend unterwegs. Jetzt ist es 15.50 Uhr und wir haben nicht geschlafen. Also kurz abgewechselt, ein bisschen geschlafen. Das heißt, es müssten 20 Stunden im Auto sein, oder? Ja, ungefähr. Ja, hätte gesagt, wir sehen uns mal, wie wir dort sind, oder? Ja. Der erste Video mal schauen. Du musst fahren bis der Erdringer mal. Ja, mach. Ja, ich hab noch nicht gestrugt. 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 Guter Start. Wir sind angekommen. Ja, durch die Nase. Am Supermoto Sweden Festival. Wir stehen hier gerade irgendwo. Weiter hinten. Weil wir die Coolen sind. Sagst du es zu dem. Ich hab noch nie so gestrugget. Da müssen wir gleich noch einen nachschießen, was auch geht. Ich bin schön bei uns hier oben. So, unser Line-Up. Luki, was sagst du dazu? Was? Sag was. Was sagst du zum Bike Line-Up? Was, was, was? Was sagst du zum Bike Line-Up? Na ja. Na ja. Da fällt einer. Da ist er. Da ist er eh. Aber wo ist das Bike hin? So, wir haben jetzt noch eine kleine Ausfahrt gemacht zur Pizzeria. Zur örtlichen. Weil wir alle ziemlich Hunger haben und leider den Grillrost vergessen haben. Außerdem darf man eh kein offenes Feuer machen beim Festival selber. Von dem her ist es eigentlich nicht so schlimm und die Pizzeria schaut nicht so schlecht aus. Deswegen gönnen wir uns jetzt noch Pizza. Dann heute Abend ein bisschen Party geben. Ich weiß nicht, ob ich da unbedingt was filmen werde. Aber wenn nicht, dann sehen wir uns morgen in der Früh, wenn dann wirklich die Fahrerei losgeht. Oder Max? Ja wohl. Wir sind bei dem Event mal im Zelt live angekommen. Wir werden uns da reinschwingen, schlafen. Weil wir sind echt nach 20 Stunden Fahrt ziemlich fertig. Und morgen geht es dann aufs Bike, wie gesagt. Also, gute Nacht, Freunde. Guten Morgen. Ich bin hier gerade in meinem Zelt aufgewacht. Und irgendwas baut es da. Weil hier steht einfach ne Lacke. Es hat kurz geregnet in der Nacht. Und ich lieg einfach im Nassen. Ich weiß nicht, wo es hier reinregnet. Auf jeden Fall eher ungeil, muss ich echt sagen. Na ja, ich werde es hier noch bisschen liegen. Und dann langsam aufstehen. Dann sehen wir uns gleich wieder. Aber wollte ich einfach mal kurz noch updaten, dass es nicht so geil hier ist. Aber Sweden ist geil. So, wir fahren auf den Bikes. Was sehen kann, ist so ziemlich viel Action. Ganz kurzes Update. Erster Circle heute. Kupplungshebel zerbrochen. Zum Glück hat der Max ja mitgehabt. Danke nochmal an ihn. Das Problem ist jetzt nur, dass ich hier mit dem Ding bei meinem Finger anstehe. Deswegen werden wir jetzt versuchen, mit diesem Messer hier das Alu durchzuschneiden. Das muss ja hier funktionieren. Oder? Sollt gehen. Es ist jetzt so bärm. Okay, ich habe mir das wesentlich einfacher vorgestellt. Was macht der? Perfekt! Very nice, my friends. Now let's go to Stuntraining Area. Oh, yeah. 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 Here we go. Turn it up. Let it start. From block to block. Snatching hearts and jacking marks. And the pokeball piece. Can't blame me or make me. We can ask people something. But right now, I got my mind set up. Lookin' down to roll up an arm. Get up. Cause I'm gonna make the payback back. Tell my brothers on the block. Better change black, black. And accept no substitutes. I bring truth to the youth. Tell a group of the whole school. Oh, no. I won't turn you up the cheek. In case you can't see this. So we turn the other week. Uh. Now we got him in the smash. Blast. I won't wanna last. To the poke it more. Oh. Tell me. Praise up. Tell my young brother man. Praise up. Like Celeste. Test. Forgiven. Much love to my boss in the pen. Hi, man. Hi. 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 Bist du ja ein Sander? Ja. Das war nichts zu finden, oder? Ja, 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 das war's gut! Wow! Der Daumen der Ege! Wow! Okay, wir sind hier mit den verrückten Schweden. Wie die Bärmke oder der Flüge? Also Pro-Trick. Fing zu Ecke. Wo ist Ecke? Ich weiß nicht. Okay. Just start the bike. You know, I will start it. Okay. Ecke, I love you! So, Freunde. Wir sind hier mittlerweile am Abend vom ersten Tag. Wir sind gerade bei Samuel Rosen am Berg. Er ist der Erste in Europa, der die 24er für 50er bekommen hat. Was echt richtig heftig ist. Ich finde persönlich sie richtig geil. Also allein dieser Eindruck hier vorne mit diesem spitzen Ding. Richtig aggressiv. Mal schauen, was die ganzen Leute dann draus machen. Ja, dann sehen wir uns morgen bei den Action-Sachen hoffentlich. Also, gute Nacht! Freunde. Wir haben den nächsten Tag. Wie gesagt, gestern nicht mehr so viel gefilmt. Aber nochmal kurz die 24er inspiziert. Heute, wie man sehen kann, regnet es leider. Deswegen entspannen wir uns nochmal ein bisschen. Nachher ist dann die Stange schon. Werden wir auf jeden Fall trotz Regen hoffentlich mitmachen. Was macht der jetzt bei seinem Zelt? Was macht der jetzt bei seinem Zelt? Das ist einfach ein Zelt-Team. Okay, naja. Auf jeden Fall warten wir jetzt bis jetzt den Regen ab. Und dann hoffentlich, weil ich auch ein bisschen Action filmen will. Bis jetzt habe ich noch nicht viel gefilmt. Aber wird sicher noch kommen, Freunde. Die anderen sind immer noch oben im Zelt. Ich habe jedes Mal Panik. Warum halten wir jetzt zwei Handys auf mich? Wir sind da jetzt bei den FNX-Jumps. Das ist dann gleich die Competition. Es ist alles ein bisschen verwirrt. Weil keiner sich auskommt. Ich filme dann den Murl bei der Competition. Die fliegen da schon reichen. Das ist schon ein ordentlicher Heck. Ja, das Problem ist, die ärgsten G's lassen sie nicht mitfahren. Sonst wird es von mir auch etwas sein, wo ich verwirr. Aber wir dürfen nur die Lows mitfahren. Kannst du nicht mitfahren? Nein, ich meine... Jumpen. Kannst du denn erst hippen? Im Backflug? Ja, das geht wer noch nicht. So, Freunde. Wir sehen uns hier gerade bei der Stunt-Competition. Wir fahren jetzt insgesamt zehn Riders, glaube ich. Wir waren damit. Ich bin echt starke Wegner, kann man so sagen, dabei. Also, die spinnenlandischen Welt. Gut dabei. Aber schauen wir mal, wo sie rauskommt. Wir machen das ja auch Spaß. Also, wir versuchen auch unsere Feste zu geben. Cool. Die Flucht und ich fahren mit. Texas hat mich auch mit. Das ist auch aus Österreich. Ja. Schauen wir mal, was wird. Was wird. Ich hoffe, dass der Klauser Riding und so ein bisschen was von draußen filmt. Dass wir auch ein bisschen was reinschneiden können. Beziehungsweise, wenn ich fahre, kann ich auch filmen. Ja. Dann viel Spaß mit dem Stunt-Competition-Content. Ich nehme auch natürlich die anderen Rider. Ich nehme dir an. Ich nehme dich runter, weil ich das klipp. Ja. Ich nehme mir los. Ja. Ja. Wenn ich mich auf einen Doppel hat, ist, weil ich mich hier überhöre. Ja! So, ich bin mittlerweile durch. Ich war der zweite, der gefahren ist. Ich bin eigentlich halbwegs zufrieden dafür, dass es nass ist und ich noch ziemlich fertig bin von gestern und wenig geschlafen habe. Aber ich glaube, es war ganz okay. Der dritte ist gerade jetzt gefahren, hat einen kleinen Stop-I-Fail, ich habe es leider nicht gefilmt. Der Lenker hat es ein bisschen verdreht, Stand-Frame, aber ihm geht es zum Glück gut, also es geht nicht weiter. Dramatische Musik Also auf jeden Fall jeder mindestens zehnmal besser fährt als ich, das ist bisher schon mal klar. Es ist offen! Es ist offen! Es ist offen! Was passiert da Max? Was passiert da Max? Was passiert da Max? Es geht wieder! Das wird nicht so ist! Nein! Nein! Ich bin! Nein! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017